hey yo leute ja herzlich willkommen zu meinem neuen video auf jeden fall ja im hintergrund könnt ihr vielleicht oder hört man musik weil ein kollege geburtstag hat aber ich wollte das unbedingt fertig machen ich habe ihm was geschenkt aber ich feiere nicht mehr kann ich saufen kann ich sowieso nicht so gut doch kann ich schon aber nicht so mein ding auf jeden fall habe ich in den letzten wochen ja mein zimmer ein bisschen was gemacht und ja wie soll ich das sagen ich habe gearbeitet aber halt nicht gestreamt und deswegen ich habe schon ein paar nachrichten bekommen wieso streame ich nicht mehr weil ich hier meinen tisch gebaut habe habt ihr das auch mal lackiert hier unten led leiste geblendet hier erstmal schön bmw sticker schön werbung led habe ich heute angebaut meine lampen sind heute angekommen tischplatte habe ich drauf geschraubt hier soll ja nichts verrutschen und mein geiler gaming pc hier habe ich noch eine heizung fußheizung hier die einzelteile nach mein mainboard ihr könnt ihr stoppen wenn er das genauer sehen wollt ja schön mit wifi und bluetooth der meine karte gtx 6000 rx kein deutsch ne ach so xt und dann noch mal hier ein kühler das bisschen zu groß nicht der ist da hinten also der hätte gar nicht so groß sein muss aber falls sie mal attacken kann oder muss dann kann ich das ja auch noch machen aber mache ich sowieso nicht also unnötig denn tastatur und hier die lüfter maus hat man vielleicht nicht so gut gesehen habe gerade licht ausgemacht hat man hier der led halt mehr sieht so kann ich ja mal anmachen dann blende das nicht so doll denn damit habe ich halt die led sachen geschnitten muss doch hier immer abgeschnitten werden dann habe ich hier mein mikrofonstandard hier habe ich wofi in der video beschreibung hat sie auch so einen geilen schlüssel anhänger haben wollt habe mir mal einfach so dazu geholt dann hat die bock drauf hier nur push und ja mein mikrofonstandard hier sieht ihr ja von von wem ja probieren wir das mal aus ne ich weiß gar nicht wie teuer das war glaube ich 40 euro fast 50 euro war reduziert ich glaube 40 euro ja dann hier hals maul ja das war mein kleiner bruder dann habe ich das schuhe mv7 mikrofon mit usb stick und das wollen wir ja jetzt aufbauen aber das würde ich nicht ja das werde ich nicht aufnehmen ich will ja streamen und ich will ja nicht die sachen erklären ich will ja nur was ich hier gemacht habe in den letzten wochen ach so und hier raya leinwand auch geil und hier meine webcam hier kommt noch ein zweiter bildschirm irgendwann und hier habe ich hatte ich vorher irgendwie so einen fernseher anzubauen hier mein sakuna t-shirt das highlight und ja das ist samsung oder welches modell noch mal g5 27 zoll von odyssey samsung odyssey g5 genau 27 zoll der schon das ist schon geil das läuft so flüssig geil also vom anderen pc von meinem kleinen bruder das ist schon krasse unterschied da mache ich obwohl ich brauche das sowieso ja ich baue das erst mal an ja und dann mache ich noch mal video wie ich das halt alles an machen da muss er jetzt nicht an sein und so ne wisst bescheid tschuldigung falls ich so wackelt aber ich bewege mich halt auch ne tschüss bis gleich ja leute guck mal ich hab ja es hat sich was geändert und zwar ich weiß ich weiß gar nicht jetzt für was das ist so das paar jetzt erstmal hier mein koffer rein also pc koffer wo die ganzen kleinigkeiten sind so auf jeden fall ja mein mousepad stimmt sehe ich jetzt gerade ich habe einen in den einkaufswagen online und ihr nächsten monat holen wir einen neuen mousepad erstmal geht er durch das ist jetzt gar nicht das thema auf jeden fall ich habe das mikrofon ja aufgestellt mit dem ständer und leute muss was sagen das ding ist geil also das ist bis jetzt das geilste mikrofon was ich in der hand hatte mein bruder hatte zwei mikrofons sich billig im billige geholt mein bruder palil der hat sich ein gutes rode also ja stimmt das gehört kein rode der hat sich richtig gutes rode geholt das alles hat auch irgendwie 300 ich glaube 380 geholt gekostet mit dem mischpult ne also das mikrofon hat auch ungefähr so ähnlich gekostet wie meins denke mal 230 ja und wenn ich jetzt noch aus dem mischpult hunden würde dann wird das auch noch mal 100 euro teurer sein dann hat er ein besseres mikrofon ständer also naja was besser also ich finde das hier besser aber der richtigen vom boden außen ständer also dass man entstehen sehen kann gefühlt ne aber ich streame ja und ne ich muss ja das noch später mal gucken ich werde meinen pc ach stimmt der folie noch zeigen ne so ich mache jetzt erst mal hier licht aussagen ich finde das led halt geil ne das habe ich halt gerade gemacht ne dann muss ich mir auch irgendwie nächsten monat kabel managen ja das sieht ja echt wissen ne wie nennt man das kartus war kein deutsch na scheiß egal so ich mache jetzt pc an ach so ein bildschirm muss ich anmachen so ja ich werde jetzt stimmt ich wollte ja zu ende machen aber ich bin ja noch gar nicht fertig das mikrofon habe ich da unten befestigt oder mikrofon ständer und das mikrofon wiegt das schon 700 gramm also fast ein kilo und dann noch die spinne also das ist echt stabil ne das ist schon ne das ist das bleibt ja auch so ne guck mal das bleibt ne guck mal dann habe ich da noch meine usb uhr ne ich weiß nicht wieso das jetzt da unten rot leuchtet rote lampe das heißt irgendwas schlechtes und das provoziert mich einfach ich hatte ich habe den usb ladekabel auch im bildschirm festgemacht um zu gucken ob das lädt ok es geht wieder aus ob er behindert ist habe ich gefragt und das finde ich halt bisschen frech ne dass jemand behindert das tut wie viel müll leute das müsst ihr einmal reinziehen jedes ding ist verpackt ne warte guck mal nur für die lampen beide lampen mikrofon ständer mikrofon ne 2 kontons und einfach guck mal wie viel plastik alter das so bisschen übertrieben also beim mikrofon kann ich das verstehen ne das ist ein bisschen verpackt ist weil das ding kostet echt ne guck mal 230 euro das ist schon ein bisschen was ne oder beim pc in drinnen ist auch so ein kunden so irgendwie so eine tüte drin dass die grafikkarte nicht irgendwie rum wackelt beim transport ne so habe ich mir das vorgestellt ok dann muss ich das irgendwie gleich einstellen dass der bildschirm ausgeht wenn er auf aber was würde ich zeigen und auf jeden fall beim mikrofon habe ich hier zwei kabeln das hat ich hatte zuerst das falsche kabel reingemacht also was für falsch ne aber warte mein sensor irgendwie jetzt habe ich hier zwei kabel zum switchen das ist ganz gut und zwar das erste kabel ist halt fürs handy ne das ist ganz gut wenn man kurz mit dem handy irgendwie was aufnehmen möchte oder so und dann halt usb stick ne habe ich halt hinten schon mal angeschlossen das ist ganz gut ne also bin ich sehr zufrieden bis jetzt jetzt mache ich den ja will ich gleich aufnehmen da wie das halt sich so anhört ne denn bis gleich moin moin leute ich habe gerade eine nacht nachricht bekommen ja was gibt's ja nix 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 bist du morgen morgen online und zwar ich wollte euch einfach zeigen wie sich das mikrofon anhört und ich finde das ist sehr gut für stream auf jeden fall ich habe hier extra noch ein pop schutz das ist nicht beim mikrofon dabei aber beim mikrofon ständer den ich mir geholt habe werde ich in der video beschreibung auch noch mal rein verlinken oder wie man das auch nennt auf jeden fall spreche ich gerade weil ich so weil ich höre mich selber und das irritiert auch gleich habe ich so eingestellt und ich finde das halt so lustig wenn ich das halt genau so erzählen und jetzt werde ich noch mal zeigen jetzt ist ja da hört man ein unterschied leute oder ja ich würde mir auch sagen oder auf jeden fall so sieht man stream aus lassen follow da folgt mich auf instagram und ja willkommen bei mein egal hau rein tschüss und tschüss 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017